Ich hab ihr nur gesagt, hat dieser Mann dich belästigt, als du sie Dürne genannt hast? Du hast verdächtig viel Testosteron in deinem Körper. Broi, nicht alle sind so anspruchslos, dass sie Loch für Loch halten. Hey, sag mal, was soll das? Was soll das, hä? Ich wollte es ja nur weh. Du hast ganz viel, ganz viel... Kriminelle, ja. Ganz viele verstaute Triebe in dir drin. Das war's so.